61 Künstler unterstützen die Aids-Hilfe Dortmund. Bei der großen Abschlussveranstaltung zur Kunstausstellung in der Bürgerhalle des Rathauses konnten die Bilder von 61 Künstlern erworben werden. Einen Teil des Erlöses spendeten die Kreativen zugunsten des Aids-Hilfe-Projekts Projekt Plus. Die Idee zu diesem Projekt hatten die Künstlerin Bettina Bröckelschen und Wolfgang Ulrich von der Aids-Hilfe. Barbara Sierau hat die Schirmherrschaft über das Projekt Plus übernommen. Danke an alle, die diesen Nachmittag mit ihrem Darbietung bereichern. Es ist wirklich sehr vielfältig und ein gutes Programm. Und dann möchte ich lasst mal nur kurz Frau Bröckelschen und Herrn Bröckelschen ganz besonders danken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut und sehr gut. Auf gestimmten Ölfässern spielte das Kalypsonic Stilorchester. Für die etwas leiseren Töne sorgte Christiane Köne an der Harfe. Különig Stilorchester Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020